Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grauton Entdeckt Indie, Staffel 1 mit Rogue Legacy. Wie immer ganz kurz am Anfang dieses Projekt heißt, ich habe ja die Indie-Spiele vor kurzem für mich entdeckt und werde dann jetzt in jedes, was ich so habe oder mir runterlade, so drei, nee, Quatsch, fünf bis zehn Folgen so einen Dreh reinspielen. Ich weiß, es wird jedes Mal mehr, aber es macht mir gerade so Spaß, dass ich heute wahrscheinlich zehn Folgen aufnehme. Und ihr könnt mir mal sagen, ob ihr das Projekt danach noch weitersehen wollt, denn es gibt so viele Indie-Spiele, die man präsentieren kann und es soll ja natürlich euch auch Spaß machen. Ich habe auf jeden Fall meinen Spaß, ich spiele die Spiele auch auf jeden Fall weiter, aber die Frage ist, ob ihr es sehen wollt. Es wäre für mich also interessant. So, dann haben wir hier jetzt wieder ein paar neue Erben. Wir haben Sir Lancelot. Der ist Barbarenkönig. Merkmal Zwangsstörung. Er kriegt also MP, wenn er Sachen zerstört. Tollpatschig. Du hast zwei linke Arme und kannst Sprüche nicht ordentlich wirken. Okay. Zauerschock-Klingenwand. Beschwör eine große Klinge, die dich beschützt. Ja, das wird bei ihm dann wahrscheinlich schiefgehen. Sir Hornsby. Magier. Schmerzunempfindlich. Okay. Du kennst keine Schmerzen. Und Lady Hiroko. Feuert einen Dolch ab und tollpatschig. Ich nehme mal Sir Hornsby, weil schmerzunempfindlich weiß ich jetzt nicht genau, was mir das dann bringt. Wir haben 950 Gold, das ist sehr gut. Ich wollte den Shinobi freischalten als neue Klasse. Genau. Der Shinobi. Ein super schneller und tödlicher Krieger, der ein super tolles Stirnwand tritt. Er kann nicht viele Treffer einstecken, aber er kann anderen ordentlich Schmerzen zufügen. Glaub mir. Kritisches Treffer-Plus. Wenn du etwas über Schwächen deiner Feinde lernst, bist du... Okay. Nicht schlecht. Feilschen. Verringe Karons Entgelt, indem du lernst, mit dem Tod zu feilschen. Okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Da kann man ein bisschen Gold schon mitnehmen. Ich will aber erst mal den Magier verbessern, dass der zwischen den Skills durchschalten kann. Verwandle deinen abendsinnigen Magier in einen Erzmagier. Meistere alle Arkanen, Künste und wechsle den Mut zwischen den Zaubersprüchen. Minenarbeiter freischalten. Schalten die Fähigkeit erst Minenarbeit ist frei in der Höhe des Vermögens deiner Familie. Okay. Dafür haben wir nicht genug Gold. Aber jetzt ziehen wir also hier mit unserem Magier mit Schmerz... Aber was heißt... Ach, das heißt, dass ich einfach nicht weiß, wie viel Leben ich habe. Oh Mann. Ich dachte, das wäre was Gutes. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Leben ich habe. Scheiße. Okay. Oh Mann. Ja, der haut natürlich weniger rein. Ja, also viele Treffer... Ach du Scheiße, ey. Das ist ja... Was ist das denn hier für eine Blockade? Ah, nehmt das! Oh, da liegt ja immer noch... Ah, okay. Also ich muss zumindest schon mal nicht meinen eigenen ausweichen. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh, Alter. Was ist denn das für ein erster Raum? Das ist ja nicht normal. Oh. Okay. Ich glaube, ich bin gleich down. Oh, geh weg. So, habe ich den jetzt? Ja. Ja, ich hoffe, der ist gleich weg. Alter, was ist das denn für ein erster Raum? Das ist ja nicht normal. Boah. Lass mich. Boah, also diesen Zauber finde ich echt nicht gut. Ja, das war ein kurzes Leben von Sir Hornsby. Höhlen von Flammenhexer. Ja. So. Jetzt haben wir hier Sir Darwin. Ein Shinobi. Äh, merkmalige Asthenie. Du hast Probleme beim Lesen. Okay. Und du bist der geborene Basketballspieler durch Gigantismus. Er ist also riesig groß. Äh, Lady Jane. Auch Shinobi. Ein schneller Held. Achtung mal, ein schneller Held. Kann massiven, aber keinen kritischen Schaden verursachen. Merkmal Zwergenwuchs. Und Sir Kenny. Barbarenkönig. Tollpatschig. Und Arterienverschluss. Okay, ich nehme jetzt mal Sir Darwin mit Legasthenie. Ich habe Probleme beim Lesen. Ja gut. Gold, was uns was nutzt. Boah. Okay, das heißt, wir hauen wahrscheinlich ziemlich rein. Aber wir werden natürlich auch ordentlich getroffen. So, und das ist ein Shinobi. Er macht also viel Schaden, aber keinen kritischen und hat nur so mäßig viel nehmen. Oh ja. 43. Oh ja, das ist schön. Kann aber keine Crits machen. Ja, aber wenn man dann am Anfang hier zumindest erstmal alles einfach so weghaut. So. Ja, und dieser Gigantenwuchs hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich komme zwar von weit unten an die Gegner ran, aber wenn ich irgendwo in so einer pfiffigen Situation bin, dann treffen die mich natürlich auch super leicht. Nicht springen. Das heißt, ich soll einfach durchlaufen oder was? Hä, wie soll das denn gehen? Okay. Nee, okay. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, deswegen. Ja. So. Ja, das Riesen-Schwert ist natürlich schon arg praktisch. Läuft man hier durch? Nee. Ich muss sagen, meine Lieblingsfähigkeit bis jetzt ist die Zwangsstörung, weil man da MP klickt. Von jedem, äh, Dings. Von jedem, äh, Gegenstand, den man zerstört. Nee, das mal ein MP, das ist ziemlich gut. Dann trittst das Maya, das war vorhin nicht gut. Da gehe ich, wollte ich rausgehen, bin aber tot. Ach, Sir Darwin. Ach, Mann. Also, wenn ich lese, das Maya, sofort wieder raus. So, dann haben wir Sir Erwin. Paladin. Stereoblind, du kannst dich in 3D sehen. Und Reizdarm. Selbst die tapfersten Helden können an Reizdarm leiden. Sir Lee, der Dritte. Keine Merkmale. Und Lady Doobie. Vollpatschig. Und Klingenwand. Ja gut, da ist, ähm, ja, nämlich Sir Lee, der hat gar kein Merkmal. Weil, wie gesagt, von dem oben, ich mag diesen Skill einfach nicht. Ich komme damit nicht gut klar. Aber ich kann nix, ach, das ist echt doof jetzt. 170 Gold, kann ich halt nix anfangen. 175, ich fasse es nicht. Komm. Och, nö, ey. Hm, hm. Ja, muss ich also alles abgeben. Na dann, Sir Lee, der Dritte, war es, glaube ich. Auf geht's. Ah, da lebt der noch. Da lebt der noch. Ah. Eck, Zombie. Ja, und wenn man dann mehrere Schläge braucht, um sie umzukloppen, ist das natürlich gleich mal wieder ein ganz anderes Spiel. Ja, so ein Unheilsbild. So. So. Was haben wir? Ach. Fuck you. Ach, die, oh, die prallen nicht zurück dadurch. Ach, okay. So. Hm. Ich gehe jetzt erstmal straight nach rechts. Mann. Ah, Nebulak. Ach, Leute. Ich war eben mit einem Mal gar nicht so schlecht. Da ist Sir Lee, der Dritte, tot. Hat vier Gegner besiegt. Souverän. So, wen haben wir hier? Sir Lancelot. Shinobi. Kurzsichtig. Alles in der Ferne ist verschwommen. Sir Darwin, der Zweite. Was will ich beim Lesen? Und Tourette. Und Sir Kaima, knappe. Du hast zufällige Muskelkrämpfe und Holpatschig. Okay, ich nehme mal hier den mit Legasthenie und Tourette. Was ist denn nochmal ein Paladin? Okay, das heißt, ich kann auch blocken zur Not. Ja, Gold noch weniger als vor allem. Meine Güte, die Folge ist, der läuft gerade echt nicht gut. So, okay, bestätigen. Dabei war das jetzt gerade gar nicht so schwer. Ja, wie gesagt, man kann sich auch bei dem Typen das Schloss so machen, wie es beim letzten Mal war. Aber da ich noch nie besonders weit gekommen bin in den Schlossern. Okay, die Bilder da unten sind allesamt diese Unheilsbilder. Sehr gut. Ach, der flucht immer, wenn er getroffen wird. Ach, wie geil. Das ist so unfassbar lustig, dieses Spiel. Schön. Ja, ja, ja. Hier, nimm meinen Chakram. Jawohl. Jawohl, sie. Warte, nix. Schade. Ach, das ging zu schnell. Hier ist nix. Ach, Mann. Völlig in den Sackgasse rein. Okay, dann mal hier hoch. Alter, oh Gott. Okay, was haben wir hier? Jawohl, Junker-Burst-Panzer. Sehr gut. Neuer Bauplan. Ah. Ja, und so kann man sich halt hier Stück für Stück vorarbeiten. Indem man sich immer ein bisschen mehr verbessert. Ja, natürlich müsste man auch irgendwann Skill dazu gewinnen. Aber da, in dem Punkt, mache ich mich gerade nicht so gut. Aha. Ja, was ist denn das? Was nutzt mir das denn? Hm. Okay. Alter, wie übertrieben das ist. Und rüber. Oh, je, je, je. Ja, mal sehen, ob ich noch was von habe. Im Moment sieht es nämlich... Mann. Och, das ist ja die Fail-Folge überhaupt. Gott. Die letzten Morde von Sir Darwin II. Man hat zu rettert. Das ist so lustig. Sir Taco. Paladin. Reizdarm. Und Glaukon. Das ist so dunkel. Flexibel, du bist sehr beweglich und Hormonüberschuss. Angreifer werfen deinen Feinde zurück. Sir Mark. Und Sir Glauber, der zweite. Rechtsherzigkeit. Deine MP und LP-Anzeigen sind vertauscht. Wer hätte das gedacht? Okay. Okay, dann nehme ich jetzt mal Sir Mark. Flexibel. 340 Gold. Dafür lässt sich doch bestimmt irgendwas machen. Angriffs-Plus. Kritische Treffer-Plus. Magie-Schaden-Plus. Wienarbeiter. Oder nee, ich brauche mir davon jetzt mal eine Rüstung. So, so machen wir das. Und wir haben jetzt ja hier einen Brustpanzer. Der kostet 350. Ein, ach man, 10 zu viel. Das gibt's doch gar nicht. Hier, das Schwert. Schaden-Plus-7. Jo, das nehmen wir mal mit. So, neues Schwert. So. Tod. Lass mich ein. Das sollte man echt relativ schnell skillen mit dem Tod, dass man ihm nicht mehr so viel abgeben muss. Weil man braucht natürlich auch jedes Mal mehr Gold. So, also bis jetzt merke ich, ehrlich gesagt, bei dem Flexibel gab es noch gar keinen Unterschied. So. So, beim nächsten Gegner möchte ich mal den Skill ausprobieren, den er hat. Klingenschutz oder so. Ja, hätte ich auch so machen können. Oh, das ist nice. Das gefällt mir ganz gut. Jawohl, jetzt hauen wir die Zombies schon mal mit einem Schlag. Fuck you, ey. So, meine Güte. Ich will erst mal den Weg nochmal zurückgehen. Jawohl, jetzt haue ich die auch mit einem Schlag. Und mit dem Paladin zumindest. Das ist schon mal viel wert. So, wackelt eins von euch? Nee, das wackelt. Oh, was bist du? Der schwarze Ritter. Graudiator. Oh, das passt ja zu meinem Kanal. Der Graudiator. Ja, ja, schlag zu. Zack, also weg, der Graudiator. Grauton obsiegt. Gegen den Graudiator. So ein cooler Name, der Graudiator. So. So, hier hoch. Hm, nicht erst mal hoch. Kein Schaden allein. Okay, das heißt, sehr genau springen. Also, wenn es nur die Stacheln sind, geht das vielleicht... Naja, geht das nicht. Ach, man kann oben auf... Nee, kann man nicht. Wieso kann er denn auf den einen stehen? Toll. Okay, sowas... Jetzt kann er auf den einen Stacheln stehen, auf den nächsten nicht. Jetzt bin ich fast tot, weil mir das Spielgarten eine Mechanik vorgegaukelt hat, die nicht drin ist. Das ist ein bisschen schade. Dabei komme ich mit dem hier eigentlich ganz gut klar. Komm, wir sehen, Leben wäre schön. Nicht, Mann, ja. Leben brauche ich. Leben. Wie soll man denn das machen? Ich brauche Leben, Leute. Ja, ne, Wunder, komm, du hast ja bestimmt Leben für mich. Natürlich nicht. Nach unten kann man die nicht werfen, ne? Mann, ach, das gibt's doch nicht. Ach, Sir Mark. Ja, das war jetzt echt bitter, dass ich auf den einen Stacheln stehen konnte, auf den nächsten nicht. Okay, Sir John. Tourette und flexibel. Sir Scorpio. Erzmagier, Homosexuellen. Hat die Auszeit. Einfrieren aller Feinden. Das ist natürlich krass. Und Lady Annabelle. Hat keine. Ja, ich finde gerade... Und was ist das hier? Quantumtranslaktor. Füllt und teleportiert zu seinem Schatten. Ach, das? Ach, okay. Man kann sich wieder zurückteleportieren. Das ist das. Was ich nicht verstanden habe. Ich nehme jetzt aber Sir Scorpio. Er kann Auszeit. Das ist ziemlich gut, finde ich. So. Ich will mir jetzt erstmal mehr Rüstung kaufen. Hier nach und nach. Das kann nämlich schon mal nicht schaden. Ah, jetzt habe ich gleich drüber, aber ich bin genug. Jawohl. Hier. Fünf Magie. Warum nicht? Okay. So, jetzt kann ich hier die Zeit einfrieren. Das ist natürlich ziemlich gut. Denke ich. Kommt drauf an, wie lange es ist. So. Okay, das ist ein angenehmerer Startform, als der vorhin. Okay. Ich will erstmal hier lang. So. Zack. Was bist du schon hier? Oh, das hält aber ziemlich lange. Oh, geil. Ist das jetzt für den ganzen Raum? Nee, okay. Das wäre echt krass gewesen. Nee, das ist eine Fehlruhe, an die man von hier aber nicht rankommt. Ach, ich bin so schlecht. Ist unfassbar. So. Ja, ist natürlich mit dem Zeit einfrieren, am besten, dass wenn man da noch einen zweiten Skill hätte. Aber ob ich denn jetzt keine MP mehr? Ach, das verbraucht 15... Ach, ich muss es aktiv wieder abbrechen, sonst verbraucht er die ganzen MP. Okay, das ist okay. Gut zu wissen. Aber trotzdem, sehr, sehr mächtig auf jeden Fall. Nicht springen wieder. Ja, wie soll denn das gehen? Äh, wenn ihr das wisst, sagt zwei Leute, ich... Keine Ahnung, wie das gehen soll. Das Land der Dunkelheit. Ich gucke mir das jetzt einfach mal an. So. Hermesstiefel. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schneller bin als vorher. So. Werden 66. Okay. Ciao. Das, äh... Wie soll man denn bitte hier nicht springen? Mach, Leute, ey. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es den Nachfolger von Sir Scorpio geben wird. Ich hoffe, ihr könnt bei dem Durchgefählenen noch durchhalten. Ich weiß, dass es einen Zuschauer auf jeden Fall sehr unterhalten wird. Äh, ja. Und dann sehen wir uns dann. Euer Gauton. Ciao. Und dann sehen wir uns dann, wenn wir uns dann mit dazu. Und dann sehen wir uns dann auch an, oder?